Der Deutsche Bankenverband hat nun den digitalen Euro, an dem derzeit die Europäische Zentralbank arbeitet, kritisiert. Und zwar sieht dieser Bankenverband ernsthaft die Gefahr, dass es einmal zu sogenannten Bankruns, also digitalen Bankruns, aber auch zu einem Kollaps des Bankensystems, wie wir es heute kennen, kommen könnte. Alle Hintergründe dazu im heutigen Video. Mein Name ist Dominik Kettner und ich begrüße Sie ganz herzlich. Wir schauen uns einmal an, was sich hier hinter den Kulissen tut und warum die Banken bzw. der Bankenverband nun Alarm schlägt, dass es den deutschen Banken durch den digitalen Euro an den Kragen gehen könnte. Dass der digitale Euro für viele Menschen wahrhaftig beängstigend und sogar eine Dystopie ist, habe ich in vielen Videos aufgezeigt. Denn wenn die Machthaber, die derzeit dieses Geldsystem erschaffen haben und dieses System nun auch an die Wand gefahren haben, die Macht über diesen digitalen Euro besitzen, droht uns allen durch diesen Besitz dieser digitalen Währung die vollständige Kontrolle. Denn die Zentralbanken, aber auch die Politik wüssten immer, welche Transaktion von wem ausgeübt würde. Regierungskritikern könnte man das Konto abschalten oder aber auch jedem Einzelnen, der nicht auf Linie denkt, einfach den Zugang zu seinem Geld verwehren. Doch nun waren viele verwundert, dass der Bankverband eine Schwachstelle bei diesem Digitaleuro veröffentlichte. Denn der Bankenverband sieht die ernsthafte Gefahr, dass es zu sogenannten Bankruns, also digitalen Bankruns kommen kann. Und genau diese Gefahr möchte ich Ihnen nun einmal im Detail etwas genauer aufzeigen. Denn wenn die Banken Alarm schlagen und unser System ohnehin in den letzten Jahren immer fragiler wurde, oder speziell seit 2008, als man nahezu jede Großbank retten musste, sollten wir ganz genau hinschauen. Denn wohl jeder unserer Zuschauer hier, und der sich jetzt dieses Video anschaut, wird den ein oder anderen Euro auf seinem Bankkonto liegen haben. Die konkrete Warnung des Bankverbands geht also dahin, dass verhindert werden müsse, dass das Geld, was Sie derzeit auf Ihrem normalen Kontoguthaben bei Ihrer Hausbank liegen haben, im Falle eines digitalen Bankruns in digitale Euros getauscht würde. Also in die neu erschaffte CBDC, die Central Bank Digital Currency, die Zentralbankwährung, über die diese Banken keinerlei Macht mehr haben. Im Gegenteil, die aktuelle Bankenwelt, wie wir sie kennen würden, steht nun am Abgrund und sieht ernsthaft die Gefahr, dass es dazu kommt, dass die Menschen aus dem normalen Bankensystem, wie wir es bis heute kannten, in das digitale Bankensystem flüchten. Darum hat der Bankenverband nun eine Obergrenze vorgeschlagen. Wie viele dieser Digitaleuros, welche sich dann bei der Zentralbank sammeln sollten, nämlich auf ihrem Zentralbankkonto, jeder Bürger besitzen darf. Doch bevor wir uns nun noch tiefgründiger über den Wechsel des derzeitigen Geldsystems, welches nachweislich am Ende ist, unterhalten, möchte ich Sie darauf hinweisen, dass ich Ernst Wolf, den wohl wichtigsten Experten zu der Entwicklung der Zentralbankwährungen, der digitalen Zentralbankwährungen eingeladen habe, und mit ihm am Mittwoch, dem 15. Februar, gemeinsam über diese Entwicklung zu sprechen. Um 19 Uhr wird dieses Webinar starten, welches Sie kostenlos besuchen können und dieses Arbeitsbuch, welches ich hier in meinen Händen halte, bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Notizen während des Webinars in maximalen Umfang niedrig zu schreiben und Ihre Fragen, die Sie Ernst Wolf und mir live stellen können, zu notieren. Ich würde mich riesig freuen, wenn Sie dort live dabei sind, um wir gemeinsam am Mittwochabend uns diese Themen anschauen, in einem geschlossenen Kreis, in dem man unsensiert sprechen kann. Aus diesem Grund melden Sie sich jetzt unter dem Video. Ganz oben in der Videobeschreibung ist der Anmelde-Link zu diesem Webinar an und sichern Sie sich einen der letzten limitierten Plätze. Unser Webinarraum ist bereits fast voll und ich freue mich, wenn wir ihn heute mit diesem Video vollständig füllen können. Doch schauen wir uns nun einmal den Hintergrund der geforderten Digitalgeld-Obergrenze an, sodass Sie nicht mehr größere Beträge auf einem Bankkonto ansammeln könnten, welches sich bei der Zentralbank in Zukunft aufhalten wird. Und aus diesem Grund muss man verstehen, wie das Geldsystem funktioniert. Denn das Geldsystem hat zwei Arten von Geld, die wir derzeit kennen, nämlich das Buchgeld und auf der anderen Seite das Zentralbankgeld. Das Zentralbankgeld wird von der Zentralbank geschaffen. Und bislang haben in der digitalen Form nur Banken Zugriff auf dieses Zentralbankgeld. Die Bürger können Zentralbankgeld nur in Form von Bargeld halten. Das Buchgeld auf der anderen Seite wird von den Geschäftsbanken geschaffen. Buchgeld ist also das Geld, das bei Ihnen auf dem Girokonto oder bei Unternehmen auf dem Bankkonto liegt. Das große Problem daran ist, dass Zentralbankgeld grundsätzlich sicherer als dieses besagte Buchgeld ist. Denn Buchgeld ist also nichts anderes als eine Forderung gegen Ihre private Bank. Und hierin liegt der große Unterschied. Denn es gehört gar nicht Ihnen, sondern ist rein rechtlich gesehen nur ein unbesicherter Kredit von Ihnen gegen Ihre Hausbank. Sie geben also Ihrer Bank einen unbesicherten Kredit und hoffen, dass diese Bank gut wirtschaftet und niemals in Schräglage gerät. Geht diese private Hausbank dann pleite, ist es im schlimmsten Fall so, dass Ihre Sparguthaben weg sind. Wenn es auch große Versprechungen gibt und hierfür bereits die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel auf die Bühne treten musste, um uns allen glaubhaft zu machen, dass dieses Geld tatsächlich sicher ist und vor allem die Sicherungssysteme greifen würden, sollte es zu einem Ausfall im Bankensystem kommen. Dass wir wohl alle nicht daran glauben, ist mir ebenfalls bewusst. Das Zentralbankgeld ist hier hingegen wiederum nur eine Forderung ihrerseits gegenüber der Zentralbank, welche allerdings nicht pleite gehen kann, weil sie ganz einfach selbst ihr eigenes Geld erschaffen kann. Und zwar in unbegrenztem Umfang. Daher sieht also der Bankenverband nun die große Gefahr, dass im Falle eines digitalen Bankgrants die Menschen ihr sogenanntes Buchgeld einfach in das digitale Zentralbankgeld umwandeln könnten und ihr Geld von ihrem Hausbankkonto zum digitalen Zentralbankkonto wegsenden könnten. Damit wäre allerdings eine Gefahr besiegelt, denn der Kollaps des Bankensystems wäre innerhalb weniger Minuten da. Und vielleicht ist es auch genau das, worauf die Eliten derzeit hinarbeiten und die Gefahr, die dahin führen soll, dass das Bankensystem, wie es heute geschaffen wurde, überholt ist und es zu einem kompletten Reset kommt. Auch darüber sprechen wir in unserem Webinar. Den Link, wie gesagt, oben in der Videobeschreibung. Ich freue mich dort, Sie zu treffen. Der Bundesbankchef Joachim Nagel sagte dazu folgendes. Mit dem digitalen Euro hätten die Bürgerinnen und Bürger zukünftig die Möglichkeit, bei Anspannungen im Finanzsystem mit ein paar Mausklicks oder Touches ihre täglich fälligen Bankeinlagen in sekundenschnelle in Zentralbankgeld umzuwandeln. Im Extremfall könnte dies dann zum Zusammenbruch vieler Banken führen, wenn sie aufgrund der schnell abfließenden Einlagen in Liquiditätsprobleme kommen. Und genau deswegen fordert also nun der Bankenverband eine Obergrenze, wie viele digitale Euros sie auf ihrem Bankkonto der Zentralbank liegen haben dürfen. Aber das ist nichts Neues, denn auch die Bundesbank forderte bereits in der Vergangenheit eine Obergrenze von nur 3.000 Euro, die sie auf dem digitalen Zentralbankgeldkonto parken dürfen. Der Bankenverband sprach sich übrigens auch gegen diese Kunden aus, die sie eventuell in Zukunft bei ihrer Zentralbank selbst bekommen sollen und warum man dieses verrückte System überhaupt einführen möchte und es nicht beim alten System lässt, ist relativ einfach. Es geht wie immer um Macht, um Kontrolle, um die Hoheit der Daten in der Zeit, in der der digitalfinanzielle Komplex immer weiter wie eine Krage die Macht in unserer Finanzwelt und die Intrigen spinnt. Dass wir derzeit also die Ruhe vor dem Sturm sehen, sehen Sie in diesem Video. Ich würde mich riesig freuen, wenn ich Sie in unserem Webinar begrüßen darf. Melden Sie sich gerne jetzt zu diesem Webinar an. Ihr Dominik Kettner und ebenfalls Ihr Ernst Wolf.